Junge. Sag Junge jetzt. Junge sag. Ich habe Junge gesagt. Ich glaube hier muss aber mehr Licht rein. So. Boah bist du krass. So, Saphir Schaufeln habe ich auch nochmal gemacht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles. F7. Was muss ich nochmal drücken um das Licht zu sehen? Ja, genau. Jetzt machen wir mal ein Hoppa. Da wo roh ist Spawn die noch, ne? Sag dir dann trotzdem wo er hell ist und wo nicht. Ah, cool. Okay. Super krass. Boah. Ja klar. Das ist der Klugscheißer, ne? Ich auch, ey. So. Das Tool so. Stoengier. Könnt ihr mal euren Müll immer da raussehen, wenn ihr mal das ME-System benutzt? Okay. Wollt ihr ja nun mal wissen. War nur ne Frage. Iron. Ne, machen wir aber nicht. Okay, Kollege. Also, das war jetzt auch nur ne Antwort. Okay. So, so. Dann muss ich den Hoppa einfach nur draufsetzen. Motherfucking Zombie. Und fertig, ne? Hm. Boah, guck mal. Learning by doing. Hast du noch ein Portal hier, Peter? Oder ist das von dir, Heiko? Ich hab nirgendwo ein Portal. Ich hab bestimmt auch vergessen. Hier bei mir war eins drin. Ja? Okay. Okay. Oh, ist nicht mehr vorgesetzt. Kakte Mongo! Hä? Komm schon, Opa. Geh wieder weg. Ja, sauber. Ja. Opa. Komm schon, Opa. Geh raus in mein Zimmer. Komm schon, Opa. Geh wieder weg. Den Opa. Du fickst gleich den Opa. Opa Gangnam Style. Warte mal. Den Opa. Krass, ey. Opa. Opa Gangnam Style. Ah, doch. Geht. Ne, geht nicht. Geht das? Was geht. Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Hopper. Was soll denn nicht gehen? Der Hopper snackt nix rein. Oder muss ich ihm sagen, was er snacken soll? Ja, eigentlich nicht, ne? Das ist aber komisch. Aber warte, werden wir gleich uns das Problem annehmen. Ah, ich seh das Kabel gerade. Müsste auch noch was stecken, irgendwann. Ja, was unter der Brücke hergeht. Das Kabel? Genau, ich wollte die... Genau. Das Brückebänder Kabel. Das Brückebänder Kabel. Wound of Frost. Wound of euch Water. Water Shards. Water Sh... Alter, 64 Stück geil. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir noch nen... Nougat. Ein... Ein Nougat. Nougat? Aha. Jetzt hast du ja was gesagt. Jetzt hab ich wieder Bock auf Nuggets, ey. Warte, nein, wir... Cool, oder? Das ist echt schlimm. Stick. Ja, das ist wirklich schlimm, Peter. Ja, rast dir durch. Was macht er denn hier? Alles klar, Heiko? Ja. Du müsstest mir da draußen gleich einmal kurz helfen. Krass, wie oft der auch stirbt. Loll. Ja, ich sterb die ganze Zeit. Merkwürdig. Immer nur beim Scheiße machen. Haben wir Schnee? Komisch. Wir haben keinen Schnee, Alter. Haben wir Eis? Wofür brauchen wir denn Schnee? Ja, ich zauber. Ted. Ist das Dement oder was? Ja, klar. Dafür braucht man Schnee. Ich hab hier übrigens... Mein Brain in a Jar. Müsst ihr eigentlich beim Ted hinbauen. Immer wenn er stirbt. Wir haben keinen Snow. Wir haben nix mit Schnee. Nix mit Frost. Oh doch, wir haben ne Frozen Kump. Jetzt kann ich losrasen und mir einen Schnee holen. Bin gleich wieder da. Ja. Mache ich alles... Ja, gehst du ins Schnee holen? Für den Skill. Wo ist denn hier Schnee? Das ist eine gute Frage. Ich werde hier mal eben einen Rape heute machen. Wo ist denn hier Schnee? Home. Dann. Oh. Boah, der Scheiß sandt ewig, ne? Ich überlege gerade, wo haben wir denn mal Schnee gesehen? Haben wir überhaupt mal Schnee gesehen? Ich glaub nicht. Ich glaub auch noch nicht. Oh, ich kann hier aus einem Minimstone und Wasser Schnee machen. Oh, ich seh Schnee. Ich glaub direkt hier vor der Tür, Alter. Ja? Nee, das ist Sand. Das sieht nur so weiß aus, weil es dunkel ist. Ah, nee, gar nicht. Ist wohl Schnee. Ist Schnee. Hier ist Eis im Wasser. What? Oh. Geil. Oh. Oh. Boah, ist das geil. Ey. Quatsch. Bis jetzt in Kommen hast du mich gehauen? Der Heiko gerade. Ah, cool. Der kam mich so angeschraubt und haupt mich und geht. Du wolltest mit mir rangeln, Klatsch. Du hast doch Rangel nicht verstanden. Kannst du gucken, wenn ich da auch reinkomme? Drei Tickets? Nee, nur zwei. Nee, noch gar nicht erzähl. Dieser Typ, der stand dann quasi bei uns und wir waren vor der LPT-XXL-Show von Gronkh und hat den Ted erstmal eine gehauen und ging uns dann halt so ein bisschen auf den Keks, dass er auch gerne mal mit da rein möchte, weil er keine Karte mehr gekriegt hat. Und wir hatten quasi drei Leute dafür eingebucht. Sips LP, der Cheap und ich. Und Sips LP konnte leider nicht. Also hätten wir theoretisch noch eine dritte Karte gehabt. Nee, und dann hält uns der Kollege so die Karten hin. Und dann wollte er sich, glaube ich, schon eine greifen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, der nicht, weil wer weiß, was der da drin gemacht hätte. Und das hätte dann nachher auch auf uns ein bisschen blöd, also für uns ein bisschen blöd ausgesehen. Wenn er nachher, also wenn er scheiße gemacht hätte und da kämen dann irgendwie raus, wir hatten ihn ja mitgebracht und dann hätten wir da gestanden. Dann hätte ich gesagt, der Pidda, heftig, hätte ich dann gesagt. Ich habe dir sofort gesagt, dass der draußen wird. Genau, ihr habt ja gesagt, dass die in die Hose, aber nein. Ignorier ruhig schon wieder meinen Rand. So, richten Schneebälle muss ich jetzt in den Kessel werfen. Wie damals mit der Prostituierten für Piet Schmid. Ich habe gesagt, das war keine gute Idee. Das kann sogar gewesen sein. Voll dumm so. Das kann sogar gewesen sein. Habe ich eigentlich noch Taumium? Haben wir eine Taumium-Axt? Warte. Wir hatten mal eine, bis ich die benutze. Ja, machen wir eine Taumium-Axt. Das wäre awesome. Das wäre awesome. Ich zeige dir gleich, die Geist-Axt ist im kompletten Spiel. Wofür brauchst du da denn schon wieder? Da musst du kurz warten. Was macht die so? Ich brauche mehr Marble jetzt. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich gleich mehr Marble drauf habe. Ja, das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, wer es weggemacht hat. Warte, ich brauche 16 Werkzeuge. Ja, ist klar. Also an, nee. Ja, klar. Weißt du, immer stehe ich unter Generalverdacht hier. Ähm, Heiko, kannst du mal ganz kurz da reinlosen, was ich an Aspekten brauche? Müsste im unteren Bereich sein. Äh, ich sehe das glaube ich nicht, oder? Warte. Doch. Wie viel Aqua, 8? Ähm, Aqua, Instrumentum, also. Dann nehmen wir 8 davon. 16. Dann, ähm, Baum, ne? Warte, ich such mal eben den Baum. Auch 8. Hat hier irgendjemand die Törtel abgebaut, oder was? Achso, ja, da wäre schon mal rein, weil ich sehe gerade auf dem Rubberboot. Ne, ich habe nichts abgebaut. Da ist glaube ich der Rest drauf, was wir brauchen. Weil die Törtel auf einmal weg ist. Ach, ne, hier ist sie. Ja, Moos haben wir. Moos. Und Moos noch. Quasi, wenn ich davon jetzt 16 reinwerfe, dann müsste ich alles haben. Das war ein bisschen viel drauf, kann sein, dass hier jetzt gleich was passiert, aber... Was soll das, ne? Also, ich hätte jetzt keine. Hab mal kurz ne Ender-Pouch für mich. Ich wüsste nicht, ist sie nicht hier in dem ME-System? Achso, dann weiß ich gar nicht. Ne. Ich weiß nicht, wo ich die hingesteckt hab. Hast du eine, Heiko? Was denn? Ne Ender-Pouch? Ähm, ich hab eine, ja, aber... Warte. Kannst du mir die mal geben, kurz? Vielleicht will ich da hinten die Glaskizze leer machen, sonst... Ach, hier ist Wasser drauf. Dort wirst du ewig. 16 Wasser, also die nochmal rein. Eggs of Stream. Damit kann ich jetzt Stream. Äh, da brauch ich jetzt Repair wahrscheinlich, ne? Oder brauch ich da Charging? Ne, Repair glaub ich. Ach, Mann, oh. Aber ich weiß nicht, ob wir da noch eins von haben. Mal gucken. Weiß sowieso nicht, was da draufkommt. Ich denk mal Effizienz, ne? Da Effizienz könnt ihr drauf. Ah, Looting nicht. Ah, hier, Repair 2. Wart war nochmal Smitty. Okay. Das ist ein Schwert. 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 Power Potenzie. Potenzie. Ne, Potenzie wollt ich auch nicht. Und jetzt wollen wir nur an den Amboss. Amboss war hier. Das gibt die geilste Axt. Tra la 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 la. Uh. Warte, ich hol mal hier ein bisschen Holz und dann zeig ich dir, was die Axt kann. Gar keinen. Die Chunkloader, ne? Sind die teurer herzustellen? Ne. Eigentlich gar nicht. Oder haben wir noch einen? Musste gucken. Weil ich glaub, deshalb ist die Turtle ausgegangen, weil bestimmt der Chunk nicht geladen war. Maybe. Könnte das sein. Jo.